Oh, tolles Level, tolle Musik, tolle Biber, toll. Oh, was ist das? Ach nee, ich kann die Fässer damit umstellen. Also ich kann jetzt so Schnellschussfässer, nenne ich die jetzt mal, also die mit dem Stern, kann ich jetzt in jede Richtung, wo ich will, schießen. Da war jetzt der Affe, das ist schön. Und ein Gürteltier, das ist nicht so schön. Ja, und noch ein Gürteltier. Und wieder haufenweise Münzen, die ich sowieso verliere, weil ich ja bald mal wieder im Hauber bin. Ja, so, drücken wir mal nach oben, mal gucken, ob wir da reinkommen. Ja, so geht. Weiter, nach rechts, ja. So, das ist wieder so eine Stelle, da unten ist eine Banane, bedeutet, da unten muss man sich runterschießen, denn da ist was ganz was Tolles. Nämlich, ja, Bonuslevel mit Bienen und Wolken, aber dem Ohr, ja, wichtig. So, weiter geht's. Ich glaube, der Sound ist ja witzig. Also die Musik. Du, 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 du. Da unten ist ein Fass. Habe ich gesehen, springe ich rein. Natürlich. Boah, jetzt dachte ich, das transportiert mich irgendwie wieder zum Level anfangen. Und das N, ja, das läuft ja ganz schön gut. Bis jetzt zumindest. Ich meine, man weiß nicht, was noch kommt. Okay, seltsam. Ja, Schuss, Schuss. Schuss. Und das G. Erkönig. Okay. Also, ich meine, Leute, seid mir jetzt nicht böse, aber das Level, das war jetzt wieder richtig, richtig, richtig einfach. Das wundert mich jetzt. Also das Level, das ist echt richtig einfach gewesen. Aber wirklich richtig einfach, ja. Und sogar mit allen Geheimnissen. Okay. So, dafür war das jetzt das Level. Irgendwo war das... Ja, egal. Egal, egal. Oil. Oh mein Gott. Ich habe schlimme Erinnerungen an diese Fässer. Ich habe richtig, richtig schlimme Erinnerungen an diese Fässer. Da unten war jetzt sicher was. Klüttel, 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 klüttel runter. Nee, das ist zugemauert. Okay. Auf. Ja. Nicht so schnell. Okay. Da brennt was. So, und ich vermute, ja, das geht... Nein! Ich springe natürlich genau im richtigen Moment hin. Ja. Ha. Ist klar. Ich meine, wieso auch nicht, ne? Ja. Und noch so ein doofes Ding. Rüber da. Beim ersten denkst du dir, hey, da ist eine Bananenstaude drauf. Das kann ja... Ist ja richtig toll, das Fass. Das macht ja richtig Spaß. Hier, schenkt mir Bananen und so ein Zeug, ne? So. Problem ist nämlich, die Flamme ist richtig kurz nur weg, ja? Und das werden jetzt so Sprung-Einlagen... Die machen richtig, richtig, richtig Spaß. Schnellschussfass nicht. Nein, machen sie nicht. Oh, ein Schnellschussfass. Hui! Oh, ein Schnellschussfass. Hui! Oh, ein Schnellschussfass. Hui! So, das war jetzt... Hey! Also, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Was war das jetzt bitte? Das hat zweimal funktioniert und beim dritten Mal nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich einmal kurz am Boden angekommen bin. Okay. Ja, wenn es so ist, also... Ja. Ja, gut. Und, ja. Okay, wenn ich einfach drauf loslaufe, dann passt das richtig gut. Rüber, rüber, rüber. Reindach. Ja, K. Und ein Schnellschussfass. Hui! So, jetzt bleibe ich lieber hier. Ja. Mittelpunkt. Yeah! So. Und... Weiter da. Ja. Ähm. Knapp verfehlt. Irgendwie. Ich habe keine Leben mehr. Oh mein Gott. Wieso habe ich jetzt schon wieder keine Leben mehr? Irgendwie. 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 Ja. Irgendwie. Ist das äußerst merkwürde Litsch. Okay. So. Gucken wir mal hier. Nee, da ist nichts. Und, geh weg! Ja. Nein. Also, ich soll... Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich hier auf dem Fass bin. Wäre ich fast stehen geblieben und hätte mich gegrillt, dann hätte es gegrillten Affen gegeben. So. Gut. Bitte, liebes Fass, geht nicht an. Das geht nicht an, bin ich vor. So, geh weg, Flamme! Nein! 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 Das ist schade. Ja. Aber, ist ja nicht so schlimm. Ich habe im letzten Level ja natürlich brav gespeichert, weil das Level, das war ja jetzt nicht so schwierig. Und deshalb, du speichern auch einfach. Ja. So. Nein! Ja, ja. Aufpassen, 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 ne? Weil sonst, du vor allem Abgrund. Und wenn du vor allem Abgrund, dann du dort, ne? Du wirst ja näher, oder? So. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sprung! Sprung! Hopp! Ja, und Schnellschutz war's! Juhu! Hust, hust. Mittelpunkt. Ausnahmsweise mal mit mehr als einem Leben. Biene, 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 biene. Und eins muss ich sagen, also die Hintergründe für ein Gameboy-Spiel, Wahnsinn. Also das war auch wirklich das, was Donkey Kong am Super Nintendo auch ausgemacht hat. Also das haben sie irgendwie eins zu eins oder eins zu eins ist natürlich ein Blödsinn, weil Super Nintendo Farbe, Gameboy schwarz-weiß. Aber die Hintergründe an sich, die haben sie ja teilweise wirklich, also die sehen schon, also sahen für damalige Verhältnisse richtig gut aus, ja? Weil so 3D-Hintergründe gab's ja damals, zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, eher weniger, ja. So. Und geht sich das aus? Geh weg, doofe Flamme, ja. Gut, 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 gut. Nein, nein, das war eine Schlange! Ich weiche zwar der Flamme aus, aber dafür nicht der Schlange. Wieso denn auch? Schlangen tun ja normal nix. Ich mag aber, ich mag keine Schlangen. Schlangen mag ich nicht, nein? So, das ist jetzt richtig fies wieder mal. Nein! Das wäre sich ausgegangen. Das wäre sich ausgegangen, wenn ich schneller weggesprungen wäre, so. Spiel ist nicht unfair. Ich kann einfach nicht spielen. Okay, Spiel ist unfair. Ihr ist kein Donkey-Fast-Freund. Nee, das ist, das ist ja wieder mal zum, nee, das ist ja wieder mal zum verrückt werden hier, ne? Einmal, zweimal, dreimal, jopp. So. Und einmal, zweimal. Ja, nein, nein! Oh, Glück, ich dachte schon wieder, ich stürze hier in den nicht vorhandenen Boden, obwohl, ja. So, geh weg. Ja, ja. Nein! Jo. Okay, man kann da relativ früh draufspringen, da ist die Flamme noch ganz, fast ganz, ich will das sehen. Ich weiß nur, wenn ich hier keinen Anlauf nehme, dann schaffe ich den Sprung vermutlich nicht. Boah, geschafft bin ich auch. So. Hallo, kommt hier irgendwann mal wieder ein Donkey-Fast- Oh, nein! Oh, Gott sei Dank, das hat mir... Okay. Okay, hier. Ich habe hier was gesehen. Geh weg, du doofes Ding. Weil... Nein! Ja. Nein! Nein, 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 nein! Schade. Vielleicht hat der eine oder andere weiß schon, auf was ich hinaus will. Also, dass ich hier, das, das, also das Kunststück, das mache ich hier irgendwie in jedem Run. Das kann ich auch richtig gut, hier mal drauf und wieder runter, ja, also das mache ich wirklich immer, nee, das ist so, nee, runter, 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 so, und jetzt, und jetzt, und ja, das kann ich, also irgendwie... Das mit den Springen... Das mit den Springen... Nein! Ja, was war das jetzt eigentlich so? Ich muss eigentlich nur durchlaufen. Kann ich den... Nein? Nein! Nein! Sag mal, ist hier nirgendwo... Ist das vielleicht vorher, das Donkey-Fass? Das gibt's ja nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, was mutet man denn hier den Spieler zu? Ja? Also, den armen Spieler. Wie mich. Was mutet man den dazu? Der muss da wirklich durchlaufen, ohne Donkey. Nur mit... Nur mit einem... Wie ich vorhin schon erwähnt habe. Einen kleinen Leben. Weil, ist ja kein großes Leben. Nein, was mache ich? Aber jetzt bin ich nochmal in die Flamme gesprungen. Weil, ich wollte mich rösten. Weil, ja, so schön rösten, ne? Frisch geröstete Affen. Ist ja toll, ne? Ja. Und... Wie habe ich das jetzt bitte wieder gemacht? So. Also, das Level... Ich wusste... Ich konnte mich richtig gut erinnern. Hab's ja damals gespielt, ne? Hatte ich ja schon mal erwähnt. Das, dieses Level mit diesem... Nein, was mache ich? Oh mein Gott. Nein! Jetzt bin ich... Tut mir leid, Leute. Jetzt bin ich versehentlich. Ähm... Nochmal in dieses Level rein. Aber das ist ja eh schnell vorbei. Und vielleicht holen wir uns das eine oder andere. Nein! Ah, der Wert. Was? Vielleicht, also... Ja, ich... Ich glaube, ich... Warte, jetzt kommt der Spezialschmier. Ich glaube, ich lau's den Affe! Ja. 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 Was ich eigentlich sagen wollte. Vielleicht schaffen wir es ja auch hier irgendwie ein paar zusätzliche Leben zu sammeln. Für das schwierige Level nachher. Könnte ja sein. Eventuell. Weil das Level nachher ist wirklich schwierig. Hier ist es ganz einfach. Ich sehe hier ein Fass. Da springen wir rein. Dann kommen wir wieder in eine Bonuswelt. Das sind so drehende irgendwas. Reifen. Also, ein Stachel-Dings. Dingsis. Ja. Ja. Der Alfred hat die Reifen genannt. Nicht ich? So. So. Und rein ins Exit. Ja. Und wieder Kong gesammelt. Guter Speichern. Das bringt jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Ich speichere natürlich dennoch. So. Einfach so. Weil es mir Spaß macht. So. Und das schlimmste Level auf der Welt machen wir jetzt nochmal. Weil es so schön war. Also, wir haben es eh noch nie ganz gemacht. Aber zumindest ein Teil. Sprung. Nee. Wie? Wie verdammt nochmal habe ich das jetzt wieder geschafft? Ich bin mitten... Ich bin runtergefallen und bin mitten in der Luft. Irgendwie... Also, manchmal kommt mir das Spiel etwas merkwürdig vor. Also, nur etwas. Das ist jetzt nicht so übertrieben merkwürdig irgendwie so, dass es macht, was es will oder so. Nee, nee. Hey, schnell, Schuss, Fass. Hui. Ja. Muss, muss das sein, sorry. Aber manchmal ist es echt ein bisschen seltsam. So. Hier rüber. Hier rüber. Danke. Und eins zeige ich euch auch. Wenn ich hier Kong nicht zusammenbringe, dann werde ich trotzdem... Also, da gehe ich dann nachher wirklich wieder ins erste Level und speichere. Sollte ich hier Kong nicht schaffen, dann gehe ich ins erste Level und speichere. Weil dieses Level... Ich hoffe... Ich hoffe, dass ich hier die Geheimnisse finde. Wenn nicht... Ja. Bin ich traurig. Aber ich will dieses Level ehrlich gesagt nicht nochmal machen. Eben, aufgrund von irgendwie... Ja, gehen wir over und so, ne. So, jetzt sind wir wieder bei unserer Lieblingsstelle. Und ich müsste jetzt aufpassen. Ich habe nämlich jetzt zwei Affen. Das bedeutet, ich wäre prinzipiell mal etwas besser dran. Mit dich ja auch... Ja. Mit dich ja auch das Geheimnis da finden kann. Genau. Nämlich. Jetzt kann ich den irgendwie töten. Ja. So. Jetzt kann ich das TNT nehmen und muss hier rüber. Und... Das ist jetzt natürlich doof mit den Affen. So, wir würden die jetzt werfen. Ja, perfekt. So, das kann ich nämlich wegbomben. Und jetzt? Ja. Darum konnte ich mich... Also, ich kann mich einerseits einleben. Oh, ganz viele leben. Ganz viele leben. Ganz viele. Ah, bleib stehen. Leben, 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 leben. Ja, viele habe ich jetzt nicht erreicht. Aber zumindest etwas, ja. So. Ich konnte mich daran erinnern und ich habe es auch gesehen. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer zu übersehen. So, wir haben das Gehe. Das bedeutet... Also, ich hoffe zumindest, dass hier jetzt bald das Level Exit kommt. Jetzt ohne große weitere Sprungpassagen auf irgendwelche brennenden Ölfässer. Ja. Und ohne... Okay. Pfeil. Ja. Ich wusste es. Ölfass 1, Ölfass 2, Öl überspringen, komm, Exit. Ja! Und ich habe das Level geschafft. Und mit Komm. Das bedeutet, ich muss nicht mehr zurück ins erste Level und speichern. Ähm. Ja. Ich gön mir mal einen Schluck Red Bull. Schein mm, Schein mm, Schein mm, Schein. superhero di sinners. ich bin misst auch. Super Genow.